Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Und wir schauen einmal rein Leute. XRP heute bei 54 Cent. Der Preis ist wieder nach oben, denn Bitcoin ist endlich über 30.000 Dollar. Unglaublich, aber wahr. 30.300 Dollar, also 6% Anstieg. Und somit sind natürlich die meisten Coins auch gerade hier sehr im Plus. Teilweise sogar 11% hier bei Solana. Das ist definitiv eine schöne Sache. Der erste Tweet für heute kommt von R.I.Z. und hier geht es einmal um den Payment, also den Zahlungskorridor und zwar US-Mexico. Der hat aktuell einen sehr großen Increase, also einen Anstieg erfahren und zwar Billions, also Milliarden von Dollar, die darüber laufen. Das ist mit Sicherheit ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben hier den Artikel frisch von gestern Abend noch. Und hier geht es eben um die Nutzung von XRP als Brückenwährung in diesem Korridor, um tatsächlich Milliarden von Dollar zu transferieren. Was halt eben schon eine sehr, sehr große Summe ist. Und es kommt ja halt eben bei diesen Transaktionen auch immer auf die Häufigkeit an. Denn wir wissen ja, pro Transaktion wird ja ein kleiner Teil von XRP verbrannt. Das heißt, sowohl für die Transaktionen an sich muss ich XRP haben, um sie auszuführen, als auch natürlich in den meisten Fällen vorher ein bisschen was kaufen. Und auf Seite haben wir die Wallets an sich, kosten ja XRP. Und theoretisch brauchst du ja auch eine gewisse Reserve, weil du willst ja nicht immer On-Demand nur 0,0000001 XRP kaufen. Deswegen hier ein sehr, sehr großer Punkt. Der Ursprungsartikel kommt hier von Cointelegraph, ist aber leider auf Spanisch, denke ich mal. Deswegen ist das auf jeden Fall nicht so ganz nutzbar hier für uns. Aber wie gesagt, der US-Mexico-Korridor ist da auf jeden Fall am Glühen, würde ich sagen. Gleichzeitig gab es auch einen Meilenstein auf dem XRP Ledger. Und zwar die 79 Millionen an Ledger-Index wurden hier geknackt. Das sehen wir hier einmal. Und ja, jetzt geht es weiter bis zu 80 Millionen. Das Ganze ist natürlich eine Riesenzahl und wer da genauere Informationen haben möchte, findet das auf jeden Fall auch hier beim XRP-Scan. Das ist eigentlich so mit der beste XRP-Explorer, den ich so kenne und auch einer der wenigen, die ich kenne, sage ich mal. Aber da werden tatsächlich alle Transaktionen, die es gibt auf dem Ledger, sehr, sehr akkurat und sehr gut dargestellt. Dann geht es weiter von WhaleCoinTalk und hier geht es einmal um Metamask. Metamask hat eine neue Funktion und zwar BuyCrypto eingeführt, also KaufCrypto. Und dort kann man dann entsprechend Kryptowährungen mit Kreditkarte oder mit Paypal, Banktransfer oder auch Instant als Überweisung nutzen und kaufen. Das finde ich auf jeden Fall schon klasse. Also ist in der Form halt auch eine Art Exchange eingebaut. Ich habe mich eh gefragt, warum das zum Beispiel über Paypal oder so immer noch nicht möglich ist. Aber mittlerweile ist es halt eben ein Feature. Von daher, jeder, der Metamask nutzt und da vielleicht Interesse hat, weiß da Bescheid. Das geht jetzt auch. Dann geht es weiter von Anders L. Und hier hat er einmal Brad Garlinghouse, er hat den 589-Pack leider verloren. Und zwar hat er noch 590 Leuten, denen er folgt. Also sind zwar mehr geworden, aber er hat nicht mehr die schöne 589. Tatsächlich ist es ein bisschen die Frage, ob er das bewusst so macht, weil 589 ist natürlich schon im XRP-Space eine sehr große Zahl. Und dass er das nicht mit Absicht macht, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite hat er, wie gesagt, jetzt einen hinzugefügt und ist somit bei 590. Wir bleiben mal gespannt, ob das in Zukunft wieder anders sein wird, ob er da wieder einer Person entfolgen wird. Aber bis dato hat er auf jeden Fall die 589 überschritten. Dann geht es um ein neues Event, das von RationalFX und XenPay veranstaltet wird. Und zwar eine Veranstaltung, bei der die Top 10 London Tech Firmen dabei sein werden in Delhi. RationalFX und XenPay sind Ripple Nutzer und sind natürlich somit auch schon sehr eng mit Ripple verbunden. Ich kann zwar leider diese schöne Anzeige hier nicht lesen, ich kann die Sprache leider nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es auf jeden Fall bullish sein wird. Von daher natürlich spannend, dass sich da ein großer Ripple Nutzer mit vielen anderen großen Tech Firmen dann trifft. Dann haben wir hier den SirClown und hier geht es ja eben um diese 10 Punkte nochmal, die wir auch schon in den letzten ein, zwei Videos angesprochen hatten. Und Niall Hartner diskutiert hier so ein bisschen mit ihm, es geht eigentlich darum um On-Demand-Liquidity und wie das den Preis von XenPay beeinflusst oder auch nicht. Und mein Claim ist dazu einfach, ja, bei On-Demand-Liquidity wird XenPay gekauft und dann wieder quasi verkauft, also gehandelt. Aber die Sache ist natürlich, wie David Schwartz damals schon beschrieben hat, um oft XenPay gut hin und her schieben zu können, muss XenPay natürlich einen gewissen Preis haben. Stellen wir uns ein Szenario vor, wo alle XenPay auf der Welt zusammen eine Million Dollar wären und jetzt wollen zwei Firmen gleichzeitig eine Million Dollar haben. Da müssten sie ja zur gleichen Zeit alle XenPay der Welt haben, um sie verschieben zu können, um dann die wieder verkaufen zu können, was ja nicht funktioniert. Das heißt, je mehr Leute das Ganze nutzen, desto wichtiger wird es ja, dass der Preis von XenPay hoch ist, damit die ganzen Firmen das auch effektiv nutzen können und nicht warten müssten beispielsweise. Das ist hier mein Claim. Natürlich heißt das nicht dadurch automatisch, dass XenPay irgendwie auf 10.000 Dollar hochgeht oder sowas, aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Dann haben wir hier eine ehemalige Co-Präsidentin von Morgan Stanley und sie hat hier ganz klar einmal ein Statement abgegeben zu XenPay und sagt dann hier, XenPay wird genutzt als eine Brückenwährung, das ein Multi-Trillion, also bei uns Multi-Billionen-Dollar-Problem löst. Ripple, XenPay, ist der klare Gewinner im Cross-Border-Space. Das kann ich natürlich so nur unterschreiben. Das Ganze ist natürlich jetzt auch schon zwei Jahre her. Das Zitat, aber das Statement stimmt aus meiner Sicht nach wie vor und ist nach wie vor valide. Denn XenPay wird tatsächlich auch aktuell schon als gute Brückenwährung genutzt und ist mit Sicherheit in Zukunft noch ein weiterer tragender Punkt in diesem Bereich. Deswegen genau der ganz klare Gewinner. Dann wie immer natürlich neue Stellenausschreibungen von Ripple. Sie schreiben hier, wir suchen neue großartige Leute, passionierte Leute und passionierte Minds, die bei uns helfen wollen, die Zukunft der Finanzen zu pionieren, zu erfinden, zu weiterzuentwickeln. Hier haben sie eine neue Ausschreibung und zwar einmal Blockchain-Data bezogen. Müssen wir uns hier einmal angucken. Ist auch egal, zumindest haben wir hier einmal Crypto-Settlement, Product-Manager und Blockchain-Data. Das sind also die neuen Stellenausschreibungen. Gerade die Senior-Stellenausschreibungen sind ja an sich immer interessant, weil man daran ja auch immer so ein bisschen ableiten kann, wo eigentlich die Richtung in Zukunft hingehen soll. Das ist ja auch immer ein Punkt, wenn zum Beispiel irgendwelche Banken auf einmal ausschreiben, wir brauchen einen Crypto-Settlement-Product-Manager. Dann kann man sich verhältnismäßig sicher sein, dass die da zumindest irgendwas planen in Richtung Krypto. Und genauso ist es natürlich hier. Von daher sehr interessant, was Ripple hier ausschreibt. Dann haben wir hier einmal MacAttack XRP. Und hier geht es um fast 80 Millionen XRP, die jetzt letztens verschoben wurden. Bei Whale Alert finden wir die passenden Transaktionen dazu. Hier einmal und hier. Also einmal 50 Millionen und dann einmal noch 25 Millionen. Also insgesamt ungefähr 75 Millionen XRP, die da einfach mal eben so verschoben wurden. Und das hier ist die Wallet, die das Ganze empfangen hat. Sie hat aktuell einen nutzbaren Betrag von 225 Millionen XRP auf der Wallet. Dann haben wir hier einmal Baggins. Und hier hat er aber, ganz wichtig, satiremäßig geschrieben. Dass es bei der Klage ein Update gab. Man hat dann hier einmal 10. April 2023 und so weiter. Also quasi hat er das richtig hier so reingephotoshoppt, sag ich mal so. Aber er hat natürlich dann hier eine recht komische Description reingeschrieben, dass da irgendjemand hungrig ist und so. Whatever. Also natürlich kein echtes Update. Von daher muss man immer aufpassen, natürlich was man glaubt und sieht und so weiter. Man wisst ja, nach wie vor ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber man sieht leider, dass es hier einige Leute gibt, die das wirklich jetzt zu ernst nehmen. Und dann sagen hier irgendwie, ja, so ich kann es nicht finden und so weiter. Von daher, da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man da nicht alles irgendwie glaubt. Dann haben wir noch einmal hier Insider Paper. Und hier geht es um Twitter. Twitter ist ja die Plattform, auf der sich auch die meisten meiner Videos hier komplett abspielen, sag ich mal. Wenn ihr mir da übrigens folgen wollt. Kryptoanarchist. Aber hier mit dem Q statt dem O, weil das andere natürlich vergeben war. Ja, zumindest haben wir hier einmal ein Dokument, das Twitter nicht länger als eigenständige Firma agieren wird. Aber in Zukunft unter einer anderen Dachorganisation quasi arbeitet. Und zwar dieser Super App X, die Elon Musk ja gerne entwickeln will. Und das soll im Endeffekt da alles reingeschoben werden. Also Twitter soll komplett als diese App umfunktioniert werden. Und das soll ja eigentlich in dieser App alles geben, sagt Elon Musk. Das heißt also auch Dinge wie Zahlungen, wie PayPal und so weiter. Auch alles mit rein. Und auch natürlich Messenger, wie sowas wie WhatsApp und so. Also ich bin mal sehr gespannt. Und er sagt hier, Twitter ist ein erster wichtiger Punkt in diese Richtung. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet. Hier einmal von Krypto-News und Memes. Dann hier, wenn du das LFT dazu gekauft hast, nicht mehr ein Ethereum wert ist. Und auch der ein Ethereum nicht mehr 4.000 Dollar wert ist. Und auch die 4.000 Dollar nicht mehr 4.000 Dollar wert sind. Das muss ich sagen, ist eines der besten Memes in den letzten Wochen und Tagen, würde ich sagen. Also schon sehr, sehr gut gemacht. Leider da an drei Stellen verloren. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder. Zur neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Und bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns heute. Ciao. Ciao. Ciao.